Was soll das denn? Es war, winke, winke. Was ist der Name? Ein tolles Projekt und das auch nicht nur einmalig, sondern über vier Jahre begleitend. Und wenn man dann die Menschen hier sieht, freut man sich umso mehr, dass man diese Aktion gestartet hat. Das ist ein Mann, das ist ein Mann, das ist ein Mann. Das ist ein Mann, das ist ein Mann.